so leute ja willkommen ich nehme jetzt gerade mit fraps auf testweise ich habe mit fraps hier dateien mit 160 mit 60 egal ich hoffe fraps kriegt sie noch ein egal ich bin gerade mit fraps auf meine stimme ist wahrscheinlich ein bisschen leiser kümmert ein bisschen zu lauter und engelton habe jetzt schon bis sonntag gedreht das ist jetzt immer das ist jetzt immer noch wegen der testaufnahme von vorhin oh jetzt hat es kurz geleckt aber ich wundere mich ich wundere mich was du für probleme mit fraps hast alter ich mag fraps ja klar so anfänge weißt du macht man ja so wenn es jetzt echt läuft aufnahme wenn es jetzt wirklich dauerhaft abkürzt weil mir ist echt aufgefallen es liegt wirklich es liegt wirklich an an stehig story ist schuld an allem ja ich hoffe ich glaube ich hoffe ich ich wollte niemanden verletzen zack 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 tot wie gesagt noch funktioniert ja alles also ich habe gerade eben also ich weiß es halt nicht mehr ist einfach dadurch weil ich gerade eben halt ohne die story gerade jetzt bestimmt zehn minuten gezockt hatte und war halt schon voll weit war schon bei der erste da habe dann aber dann da gesagt okay ich habe gespeichert eingestört aber doch aber irgendwie wenn ich habe ich bin ich wieder bei der top hier jetzt gewesen war mit aber egal weil ich weil bevor ich dann morgen anfange groß drauf los hier zuletzt planiertes game wollte ich jetzt halt lieber erst mal testen ob es selbst überhaupt läuft ob es dann auch abstürzt oder ob es echt an sich so richtig und scheinbar liegt es echt an die story die scheiß programm leute an alle let's player da draußen holt ein fraps das ist viel geiler so kann ich noch was looten ja das auch mülleimer ja hier sagt genau so der kuchen ich habe kuchen gefressen dann gehen wir nach oben und holen das elektrobolze wie sagt die anfang kenne ich jetzt leider schon wie ich hatte weil ich war wirklich stolz aber ich habe halt wirklich das spiel gestartet habe sofort auf aufnahme halt vom intro an aufnahme gedrückt und war so richtig stolz auf mich wie ich das kommentiert habe so die ersten zehn minuten bis ich bin abgestürzt ist ja das fand ich mit schade jetzt macht's nix macht's nix elektrobolze hier will die aber die arme noch noch l um ab und verliegte die hier die die gesellschaftliche interessiert Prozent das ganze an ich habe zu ist Einerseits hatte es einen Vorteil gehabt, dass ich jetzt die Probleme gehabt hatte, denn dadurch bin ich halt auf den Uncut-Patch gestoßen. Ich hab halt gemerkt, dass halt wirklich ein enormer Unterschied zwischen Cut und Uncut ist. Ich hoffe, dass ich das zeigen darf hier auf YouTube so mit Uncut, aber ich denke schon, warum nicht. Weißt du schon gescheit über die neuen YouTube-Content-Regeln? Ja, ja, das weiß ich. Ist mir egal. Das sollen sie mir doch die Monetarisierungsrechnung machen. Das ist ganz eine Herausforderung weg. Willkommen im Club. Und YOLO. Und dann sollen sie mir doch das Geld. Ich meine, ich verdiene ja zur Zeit eh kein Geld drin. Also falls ihr jetzt sagt, nö, ich mach voll die Kohle, ja, ist nicht. Die Monetarisierung ist veraktiviert, aber es liegt daran, weil Game of Play immer noch in diesem Netzwerk hängt, was damals einer unserer Team, damaligen Team, angenommen hatte. Wie gesagt, ich hoffe, dass, wenn ich echt mal etwas... Oder wenn der Kanal etwas größer ist, jetzt von Abonnenten, auch von den Klicksal, oder einfach von der Beliebtheit her, dass ich dann eventuell immer irgendwie da GameStar frage, ob die also nur helfen und also quasi mich oder uns da rausklopfen. Ich will gar nicht in diesem Netzwerk ein. Ich will nur, dass irgendwer hilft da, die sich halt damit auskennen, dass wir uns da irgendwie raushauen. Mehr, mehr würde ich gerne. Ich will gar nicht bei GameStar-Netzwerk ein. Habe ich gar nicht Interesse. Ja, was? Ähm, was ist denn die beste Audio-Bit-Rate? Na, es gibt ja verschiedene 320-Kabels von 8,20... Äh, 64, 6,90, 128, 160, 192, 256 oder 320. Äh, 192 ist die optimalste. Also das ist von der Dateigröße und Qualität her perfekt so. Weil ich will mir hier gerade ein 4-Minuten-Video schnell runterladen. Ja, okay. Oder wie ihr seht, äh, ja, es läuft immer frei gerade. Es ist echt, echt, es ist echt D-Story. Aber was wundert, ich habe jetzt schon das zweite Spiel gefunden, was mit D-Story nicht läuft. Äh, einmal Call of Duty Ghosts und jetzt hier ihr seht Bioshock. Bioshock läuft zwar kurz, aber einfach kurz. Also nur temporär, was ja kacke ist. Weil man spielt ja länger als nur 50. Ja, ne, also das ist... Also es könnte ja echt sein, dass es erstmal euer Freund wird. Das wird durchaus passieren. Aber da ich weiß, also da ich ja auch weiß, dass die D-Story eigentlich noch eingefallen ist, weil ich weiß, dass die D-Story noch funktioniert, wäre ich natürlich als Hauptprogramm immer noch D-D-D-D-Story nutzen. Und ja, mal gucken, wie sie sind, weil natürlich weiterentwickelt, wie... Achso, hier, Leute, ich mach mal ungefähr... Uncut, weil... Aus der Katze kommt Blut! Ahaha, toll! Und einer Rothang ist auch Blut. Das ist tatsächlich toll. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, eine Rothang ist Blut, genau. Äh, ne, das nicht, aber, ähm... Jetzt schnell den ganzen Trailer schneiden für die Projekte, die ich machen werde, wenn ich den Capture-Code pop. Echt? Machst du jetzt schon schneidest du jetzt schon zusammen? Ja, ich bin halt auch vielleicht nicht runterladen, ja. Ah, ah, ah. Was ich hier auch ganz cool finde, was mir schon aufgefallen ist, dass es hier... Also guck mal, ich... Also ich... Ich, ähm... Ich... Also... Jetzt tags euch gleich. Fertig, bitte, bei Invertierung. Ja. So, so. Vielleicht Splicer. Nein! Nein, jetzt habe ich die Seite zerstört. Äh, zugemacht. Ah, da sind sie. Du weißt mir gar nicht zu. Danke. Doch, ja, ich... Und hab ich ihnen gerade gesagt? Irgendwie, ich musste hier gerade irgendwie dieses Splicer-Skript-Sequenz auslösen. Das war einfach das Problem. Mann, du schmacken Störer. So, jetzt darfst du nochmal sagen. Hallo. Ich habe gerade die Seite zerstört, also zugemacht. Was jetzt? YouTube, YouTube. Oder was? Nein, äh, wo ich die Videos runterlade. ShareTube. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr Videos runtergeladen wollt. Superschnell, superschnell Verarbeitung. Top. Ne, ist wirklich so. Windows-Mein-Programm da friert. Ja, aber... Da kommt ihr irgendwo zu starten oder was Neues zu installieren. Naja. Ja, Leute, ähm... Ihr könnt dieses Video als... Achso, Leute, jetzt war... Wollte, jetzt war... Scheiße. Komm mal, mein Adam oder mein... Ey... Eyv, wie man es nennt, diese... Dieses blaue Zeug. Adam. Adam. Wenn ich jetzt nachlade, so... Dann ist eine ganze Spritze weg, obwohl ich ja noch ein bisschen Adam hatte. Also, das finde ich ganz cool, dass da... Dass die Spritzen nicht so dumm aufgeteilt sind, sondern dass wirklich eine Spritze... Eine Spritze ist, finde ich. Finde ich. Finde ich ganz cool. Nur, dass... Nur, ich hab mir schon... Ich hab mir schon aufgefallen, mit der Munition ist es wieder anders. Also von der Pistole oder so. Ey, wie heißt... Leute, ihr merkt, ich rushe gerade durch. Es liegt aber daran, weil ich echt testen will, ob es läuft. Deswegen will ich das Spiel ein bisschen schneller laufen lassen, so... Alles ein Stück schneller machen. Mitchell? Ja. Videoformat MP4, WMV, MPG oder AVI? MP4 ist das Beste. Okay, danke. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon über genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Leben... der Pistole, ich weiß nicht, ob das jetzt hier... ob das Umwerfen vergehen soll, jetzt mit Rector Physik gemeint ist, keine Ahnung, aber mich interessiert hat... äh, oder mich, halt, ist ja wirklich, also es gibt auch, es gibt mir auch nicht so ein Blut, es geht mir wirklich darum, dass teilweise Skriptsequenzen und Effekte und und Texturen echt krass geändert wurden in dem ganzen Spiel halt in der Karton-Vision. Also, das war, dachte ich mir, ne, komm, dann, dann gebe ich, dann mach ich mir die Mühe, spende 6 Euro an die scheiß Seite da, damit ich da in den Download-Bereich komme. Hab dann nochmal, äh, für 3 Euro mir so'n scheiß Rapidshare-Accounter geholt, um die scheiße, ja halt heute noch fertig zu downloaden. Also, ich hab extra Geld für euch ausgegeben, nein, Spaß, ich hab das hier alles gemacht, weil ich das auch selber falte, gemacht, äh, nur, nur damit ihr einfach mal wisst, so, ja, also, es, ihr seid mir auch wert, wisst da, ihr, ich meine, das waren jetzt, sind insgesamt jetzt, wie viel Euro waren das jetzt, was, 2, 3 Euro und, 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 und 6 Euro, ja, ne, 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 das heißt mir einfach, das ist nochmal wert, so. So, was weiß ich, da geben wir ein bisschen Geld aus, was sage ich hier, lieber ein konkret schönes, schönes Ancut-Spiel hier, wunderbar, so, wie's so eklig cuttig hier, mit alles verändern, aber, weißt du, was ja genauso schlimm ist, ne, du kaufst ein Spiel, wo ein Siegel, 18 plus drauf ist, und trotzdem ist es cutt, weißt du, das, wo, wo ist da der Sinn, oder? Das ist ein Stück. Ich meine, das ist doch, warum verkaufst du dann als plus 18, dann könntest du doch doch gleich, 6 Piggy, fertig. Ja. Ja, das ist logisch so, das ist mega nervig. Ich muss mich mal eben von meinem treuen Couch-Tron erheben, die übrigens übelst bequem ist. Ja, ja, ich werde ab sofort auch darauf achten, ähm, dass ich mir Spiele echt an Ancut, auch direkt kaufe, also, dass ich mich hier erst dann, weil, echt diese Ancut-Patch-Reihe ohne Scheiß, das hat eh krass lang gedauert, bis es hier fern, nicht fertig war. Ich hatte zwar einen Count und so, aber, das war auch irgendwie eine Datei da, und dann musste ich den Typ erst mal anschreiben, ey, mach ruhig viel ab, er hat's dann zurück, auch nach 5 Minuten gesehen und gesagt, okay, hier, ich bin dabei, war dann eine halbe Stunde fertig, ja, dann gehe er pennern. Mitchell? Ja. Halo 3 oder ST, Halo Reach oder Halo 4? Charlie, wo gehst du hin? Das, was dein Lieblings-Halo ist. Wo ist denn? Ja, ich schlag mich, bist du. Boah, wie angustig du bist. Ja, ich schneide jetzt erstmal das zusammen, was ich im Moment zusammengesammelt habe, ne? Ja, klar. Ja, Leute, ne, es läuft mit Flapsrad mega krall geil, finde ich mega gut. Boah, ich bin betrunken. Cool. Ich finde den Effekt so genial. Ja, ich werde zu einer bestimmten Stelle spielen, und zwar will ich halt bei dieser Stelle noch genau gucken, ob es wirklich unkert ist, weil an dieser Stelle wird es halt doch schon ein bisschen heftiger, was was unkert angeht, deswegen werde ich dann auch gleich sehen, ob es wirklich unkert ist, aber ich schätze mal, weil... Äh, da wurde die erst. Ja, dass an der Rohr-Tangle Blut ist und sowas, stimmt ja, es ist ja auf jeden Fall ein kalt. Und Slicer, die entgegenkommen. Nein, äh, wo Big Daddy da den einen Typen da mit dem Bohrer, mit dem Bohrer da rein und so, und dann gegen den Wachklatsch mit dem Kopf und so. Lecker, 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 lecker Stelle. Wenn ich dann sehe, boah, dann freue ich mich richtig, ne, dann lache ich, das finde ich super, ne? Also, Leute, äh, wie ihr seht, echt, ich klicke hier wild mit E halt hin und her, weil ich halt hier alles, ja, ich bin halt so ein Loot-Typ, der halt schnell loutet, ne? Wisst ihr ja, ihr kennt das bestimmt aus anderen Spielen und so. Und rennt halt nur so durch, so, durch die Tische. Spamt eh, oder die Tasse zum Looten. Oh, ja, hier, geil. Zack, alle weg. Uh, uh, uh. Stelle, muss kurz warten, bis der Elektro-Scheiß-Heißner weg ist. Dann mal gelootet. Und, Leute, ich werde mich natürlich in der Person mit mir an, weil hier die Produktion so ne, ist so ne, Audio-Lock-Datei, nur die werde ich jetzt nicht holen, weil jetzt mit einfach nichts bringt. Wenn ich da jetzt führe, weil, wie hat das letztendlich standet dann morgen, also, ich werde morgen jetzt aufnehmen, weil so viele andere wahrscheinlich reißig, natürlich, nur noch nicht so genau. Also, muss ich mal schauen, wie ich's mache. Aber, äh, Bioshock wird dann wahrscheinlich echt so jeden Tag bestimmt, sagen wir, zwei bis drei Parts kommen ohne Scheiß, weil das wird morgen auf jeden Fall die ganze, bestimmt den ganzen Tag aufnehmen, weil morgen hab ich von morgens bis abends eigentlich Zeit. Ich werde dann abnehmen, was essen, was trinken, fertig. Morgen ist schon richtig geiler Tag, morgen ist halt Sonntag, morgen ist schon Tag, boah, der geht super. Freut mich schon. Äh, und ja. Gut, einmal hier, Telefon benutzen wir, ja, wenn ich wirklich noch keine, keine Idee mit dem, mit dem ganzen Kram interagieren. Schnürf! Arschloch. Was waren da für ein Spiel? Wischte ich mal gerne. Egal. Hier ist, hier ist auch noch so eine Audio-Lock-Datei. Wie heißt, Leute, werde ich alles dann holen. Ich werde mich auch besser, viel besser umsehen, als die Leute. Ja. Später. Dann alles. So, da kommt die Tür. Ich aus, hallo. Ich bin zu einem Mund. Ey, was? Und, alter. Ey. Ach, der hat da auch eine Rohrzange. Ist ja gemein. Wenn ich den Verbandskasten mitgehe. Gut. Ja, Leute, wir sind gleich an der Stelle angelangt. Ich weiß, für alle, die das Spiel kennen, natürlich. Die wissen das ja. Und jetzt soll ich die Waffe runternehmen. Immer mit der Ruhe. Wirst du sofort, die Waffe runternehmen. Gut, jetzt. Sliden wir durch. Ach, hast du schon dein Adam, den Feuer bei, ne? Feuer oder Blitz? Hö, ich bin jetzt gerade bei der, bei der Triple hier. Bei der, bei der Emily Sister. Ähm, du hast Feuer oder Blitz, Adam, ne? Ich hab Blitz jetzt, so genau. Ja, Feuer kommt, ne? So, gleich sehen wir die epische Szene. Also, ich bezweifle jetzt nicht, dass es rackert ist, aber ich würde dir einfach zeigen. Einfach alles klar, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack hier für das Let's Play bekommt. Wie gesagt, diese Ausnahme dient auch mehr zu Testzwecken einfach, weil ja, es alles so kaputt war. Aber im Endeffekt war nur die Geschichte und jetzt genießt diese kleine, hier, Skriptsequenz. Wie gesagt, diese Ausnahme dient auch nicht. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Das ist krank. Pistolekugel, eine Pistole gefunden, yippie. Gott, Leute, ich würde sagen, also, es ist also 100 pro Ankara, die habt ihr ja gesehen. Und ich kenne auch die, ich kenne auch die Version, also, ich kenne auch die Cut-Version dieser Szene, weil ich schon, äh, halt Cut ohne Aufnahme, soweit ich wieder, um mal zu gucken, wo man es nicht jetzt nimmt. Äh, und da kam nix, da war echt gar nichts, aber wo ich da, boah, rein da, nix, bisschen wie gesplasht, so, war, hab ich selber voll gewundert, so, dass es null, äh, null Splash-Effekte so sind. Also, es ist wirklich, also Cut ist wirklich extrem krass gekattet, ist der Wahnsinn. Okay, ihr könnt hier mit mir das Ankara-Let's-Play genießen. Ja, äh, wenn ihr, wenn ihr das Video bis zu diesem Punkt geguckt habt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, über einen Kommentar. Also, ich freue mich generell immer mehr über Kommentare als über Daumen hoch, muss ich ja sagen. Und, ja, für alle, die sich auf das Let's-Play freuen können, in die Kommentare schreiben, ja, ich freue mich schon total, oder? Das wird super. Ja, mach hier, du Sacknase. Genau, los, lasst uns sofort den ersten Parto, keine Ahnung, wenn ihr das voll feiert. Gut, Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, BÄM! Von dir noch so ein Tschüss oder so, nö, oder? Tschüss! Hier kommt's rein. Tschüss! Bam!